Willkommen zurück zu, sorry, zu Slade Aspire. Wieder Ascension Run. Dieses Mal mit dem Ironclad. Gib mir ein Relic. Oh, das könnte gut werden. Da weiß ich auch schon, dass wir einmal, zweimal, wenn alles cool läuft, können wir dreimal liften. Dann haben wir zumindest mal drei Strength. Vielleicht kriegen wir noch Girrier. Irgendwoher durch Zufall. Heavy Blade. Ich habe keine Angst vor Weakness. Frailty ist schlimmer. Nehmen wir einen Anger mit. Gib mir ein Relic. Padnip. Das ist gut. Machen wir so rum. Thunder Club? Auf jeden Fall. Und wir liften. Whisky, aber ich denke machbar. Headbutt. Penip ist aktiv. Amelita am wenigsten Schaden nehmen ist glaube ich am besten. Wo ist mein Thunder Club? Verdammt. Ach komm. So ist einer gleich weg. Auf jeden Fall. Jetzt kommt es ja an. Oh Baby. Das wird wieder eine Gratwanderung. Redstone, Anger und Strike. Oh. Imolate auf jeden Fall. Genau das, was ich haben wollte. Mit Strength ist der Mainblas nicht schlecht. Auch wenn wir unter halbem Leben sind. Mit mehr Strength kommen wir vielleicht besser durch. 18 macht er schon. Thunder Club wäre so ein Ding, was wir am Anfang in der Hand haben wollen. Ich rufe mich beim letzten Feuer lieber aus. Wäre so die Idee. Ferry in a Bottle? Uh, gegen die Kämpfer überhaupt. Ne. Ausruhen. So wenig Risiko wie möglich. Die Glocke. Zu viel. Egal, aber Shuriken. Wird kein Perfekt, aber... ...ein Hau drauf. Moment. Holen wir den zurück. Machbar. Hier. Da bis gleich. Ah, Mark of Baden. Da kommt ein Shop. Gehen wir doch hier lang. Das hätt ich vielleicht zuerst machen sollen. Aber halb so weit. Uppercut. Machen wir es so rum. Ein Shrug it off kann auch nicht schaden. Oh, Regret ist stinkend. Nehmen wir nur 100 Gold. Das war nicht so geil. Perfekte Strike. Wir haben keinen einzigen Strike rausgenommen. Ah, Thunder Club. Hm, nun klappt es. Oh, Whirlwind. Wirlwind. 33 mal 2. 72. 75, das ist definitiv. Whirlwind immer spielen, auch wenn wir keine Energie haben für Shuriken. Ah, hat auch so gereicht. Oh, Red Skull. Impervious nehme ich mal mit. Ein Lightbind. Ein Lightbind. Da kommt noch ein Shop. Wir haben wirklich ein bisschen Block. Das ist sehr gut. Ja, das läuft ganz gut. Enttrenge? Ne. Bommel. Selfforming Clay. FtW. Haben wir Flüche? Einen. Ja, warum nicht? Strength FtW. Das ist genau richtig. Oh, 30 Block haben nicht gereicht. Ich muss das sehr bitten. Speed Pausch brauchen wir nicht. Ich ziehe in Red. Nein. Nein. Auch nicht. Dieses Mal wird geliftet. Geria ist jetzt aufgebraucht. Gegen 2 HP brauchen wir uns keine Gedanken machen. Penlip ist bei 8. Nein. Ich hätte Wurlwind noch spielen können. Ich hätte Wurlwind noch spielen können. Okay, das zählt auch zum Shuriken. Das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Hummel wäre wahrscheinlich das gewesen. Hummel wäre wahrscheinlich das gewesen. Aber sicher... Machen wir es mal so rum. Und zwar... Ein Twin Strike. Ein Defend. Und der perfekte Strike. Ist okay. Haben wir überhaupt Powerkarten? Keine einzige. Aber wir können den Mind Blast duplizieren. Da kommt ein Shop. Es geht nur so, auch wenn es weh tut. Und... Keine Weak Potion. Ein Fommel Strike. Okay, das ist jetzt irgendwie... Jetzt los. Bleiben sie eigentlich so pliziert? Das... Weiß ich gar nicht. Mehr Anger. Das war nicht so clever. Ein Reaper fehlt noch. Auf dem Fall. Auf dem Fall. Auf dem Fall. Jetzt springen wir uns nix. Ein bisschen am Shuriken arbeiten. Umgekehrt wäre besser gewesen. Was ist das? Was ist das? Wir haben ja mehr Blöcke. Definitiv Meat on the Bone. Das ist jetzt auch notwendig. Nein, das Hopper Moring ist mir jetzt gerade zu risky. Nooo. Bladda da. Oh Gott sei Dank. Was zur Hölle? Boah, die beiden hätte ich gerne. Komm, gib her. Matrioshka toll. Viel zu spät. Viel zu spät. Nochmal ausruhen. Nochmal ausruhen. Oh, no. Oh, no. Mit einem Lid-Druck. Smogbomb. Nochmal ein Puppelchen. Nochmal ausruhen. Oh, no. Oh. Immer schauen, dass ich drei Attacken spiele. Dann sollte das klappen. Das war dämlich. Das war die Hände. Oh, ja. Es ist kein Puppelchen. Aber das war die Hände. Das war die Hände. Das war die Hände. Auf die Hände. Yo, was zur Hölle? Hat nicht gereicht. Smokebomb weg, Glockportion rein. Dropkick. Oh no. Die muss ich spielen. Ist der beste Damage-Output. Ich wollte es lieber andersrum machen, aber mit Penip. Für Time-Dilation. Oh, 30. Was zur Hölle? Das stimmt ja wohl. Das wird unangenehm. Besser Damage-Output. Ich muss es umdrehen. Oh. Oh. Ja. Auch wenn wir das nicht überleben, Gott verflucht, okay, 3 Losses, 3 Folgen, 3 Losses, das heißt beim nächsten Mal gibt es wieder den Defekt. Ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann schauen wir weiter. Ich danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne noch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.